Das ist ja der, wo es da auf der Auerbach ist. Und in echt sieht das so aus? Es geht nur ein Stückchen mit, aber auch nicht so fast. Wir haben uns dann abgesprochen, dass so die Übergänge einigermaßen passen, aber dann zusammen die Schraude abfällt, im Berg die Leisenbange auch, guck mal, wenn ich das hier sehe, die Kumpel da. Ich weiß, wir hatten da alle so, dass die Frage jetzt nicht an den Bruchstuhl-Schläge haben. Den Linker gibt es bei mir, das ist das Problem, die älter hier war, sondern die Position schlappenabhänger. Ja, die sind aber nicht dran, das sieht nur so aus. Ja, die sind aber nicht dran, das sieht nur so aus. Jetzt braucht man aber als erstes neuen Container. Ja, stimmt, wenn ich sage, dann macht es blöd noch. Ja, ist blöd. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. Ganz bis zum Ende durch. Modelle? Modelle? Damit sind die bestens ausgestattet. Die Zweier sind alle? Ja. Das ist die 40. Nein. Nein, nein, nein. Null-Busch-Waben. Ja, vor Romance. Und das Ecken, das Wasser. Hör zu. Ja, ja. Vom kleinen Geld, in Zürich. Ja. Möchtes Wasser. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.